Dann sollte ich hier am besten warten bis du gedreht hast Ja, ja gut Mal fortgeschritten? Warte mal, jetzt fährt er noch fahren? Erstmal ganz fortfahren Das ist zwar gemacht wie ich, ich bin stolz auf dich Es gibt ja gleich oben Ich bin sicher, aber die Winde dreht sich nicht näher ran Du musst mit F drücken Achso Der Anhänger will ich nicht Ja, ja, das ist das Was macht ihr? Ja, ich bin grad gut Oh Gott, ey Oh Gott, nein Nein Kann ich euch hier raus wünschen Sekunde, ich muss ganz kurz hier Es gibt auch Brücken, ja Die übergräben führen, da lage ich heute Übergruben drin Sehr gut So breit wie dein Wagen Ja, ist mir auch schon passiert gestern Nachdem wir aufgehört haben Oh Du hast ja, wir müssen hier nach rechts Das wünsch ich jetzt hier raus Gib mir ne Sekunde Ich bin raus Gut Tschüss Oh Gott Wir müssen hier nach links Nach links? Also mir geht das ein bisschen auf den Pilz Dass die FPS ständig zu 30 und 60 Schmal Oh, ich krusche mit dem Baum Hast du auch nur 30 Hells? Ich kratze mich am Baum Echt? Lenny Äh, irgendwie ja, was ich ein bisschen komisch finde Oh Oh Gott, nee Oh Gott, nee Du musst andersrum Du musst vorwärts fahren und dann Ja, noch ein Stück Ja, weiter Ne, doch nicht Oh, 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 oh Wenn du es rückwärts fahren, dann kann ich wieder rückwärts fahren Warte Gehst du gerade? Oh Gott Sehr gut, Baby Und es ist ein bisschen verpackt manchmal, wenn er da steht Die müssen gerade stehen oder so Warte Das ist aber nichts Michi Wird sie echt da hoch? Ja, müssen wir Ne, nicht rückwärts fahren, so wie wir müssen aber auch auf Ne, ich vervorwärts, ich drück extra gegen den Baum Wir müssen da hoch Ne, hier müssen wir lang Ich muss mich nur kurz hochziehen, damit ich hier ein bisschen fahren kann Doch, jetzt nur, na toll Ja, toll Jetzt soll ich zuerst machen Michi, ich stehe günstiger als du Ja, mach Ich wollte halt aufhören Pass ich auf, dass du deine Karre nicht flippst Das ist echt wichtig Ja, das ist echt schlimm Flippen, 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 Flippen Flippen, Flippen Flippen, Flippen Also irgendwie Oh, die haben so die Karre geflippt hat Stimmt Da ist schon was hier durch Da ist ja gar kein Problem Die Sache ist Michi Michi, die Sache war Filmt hat er dann tagelang drauf rumgehakt Und sich keine Edeka hier flippt Und hat mir die ganze Schuld in die Studie geschoben Und in der haben alle geglaubt, dass ich die Karre geflippt habe Mit die Karreboge Äh, Lenny nicht hängt fest Bei was denn? Warte, ich will Ach so stimmt Mit dem Premium-Auto damals, ne? Dass der einfach geflippt hat Und mich hat er angekackt hat Ja, wenn ich kann zwischen Aufladen Nee, kannst du nicht Soll dann Holz oder was Lenny, willst du mal zu mir? Welchen muss ich ihn nehmen? Ja Sonst sind jetzt sowieso nicht Schau mal, wie soll da Holz dazwischen gehen? Kannst ja nicht biegen Warte mal Bisschen nass machen, da geht dann schon Ich verscheiße mit dem Ding zu steuern, ey Ich verscheiße mit dem Ding zu steuern, ey Jetzt allgemein der Boden, so als wird's grad durchgehend Einfach riechen Ich fahr mit dem Ding ganz hinterher und nachher fahr wieder vor Müsste gerade sein Hier warte, wenn Ähm Ja, genau so habe ich das gemeint Was ist das? Du musst die Handbremse natürlich auch gelösen Oh nein, das ist mich Hast du gelöst? Ja, hab ich Jawohl Alter, meine Karolik geht krass nach hinten Oh, schweiß die Schaden Oh Gott, irgendwie Halt an, aus, ne, warte Oh Gott, ne, warte Oh Gott, ne, warte Oh Gott, ne, warte Ja Ja, du musst annehmen, warte Ja, warte mal Da Maus Du musst mich, ich mach' dir Du musst natürlich auch in die richtige Richtung lenken Ich muss auch erstmal die Handbremse lösen Oh Gott, so jetzt Jetzt lenkt bitte noch um, genau so Ja, bis wieder mal ganz schön schnell Ja, das ist kein Ding, das Jetzt geht's los hier Jawohl Oh nein Will ich's wissen? Michi hat bestimmt sein Auto geflippt, ey Oh Gott Wir fahren übrigens in die falsche Richtung Er hat geflippt, hey Okay, pass auf Das ist ein Mast, der hält mich aus, ja Wir müssen mal eben umdrehen passen Ja, kein Problem, Junge Hobi, fahr mal bitte irgendwie so hin, dass du mich rausziehen kannst Mach irgendwie deinen Hänger so lange ab Oh Lenny, da kommt Wasser Doll Wie die Erde von meinem Ding runterutscht Oh Gott, nein Oh Lenny, da kommt Wasser Mach dein Ding noch so lange ab, ey Ich hab Holz Fahren wir damit nicht durch, alles klar Ich kann Holz aufladen Warte, ich fahr vor Doch, stimmt Aber warte noch Ich dreh dich vorher Nein, nein Stopp Kann lieber eine rein lang camps nicht Kann nichts Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Nein Was ist los Lenny? Was ist wirklich? Kann ich den dann wieder dran machen den Hänger? Ja, der steht dann da ja jetzt jetzt mache ich drück mal v habe ich dann habe ich einfach neben mich stoppen ich fahre mal zurück und werde ich dann ziehen hat auch drücken wir machen noch mal los und macht ich kann nicht auch hier ist der Baum so jetzt ist es noch mal aber ich muss jetzt noch meine Handbremse anziehen Google Gadgets da kommt schon das hat super funktioniert es macht die Handbremse los und fahrt mach ich jetzt auch oh ich weiß was wir machen warte essen muss das Ding loswerden wo Volker hat Lenny ich hier gestern hatten wir nicht so Probleme ich bin auch schon immer noch umgekehrt was soll mein Anhänger reingefahren der steht bei mir hier nicht sofort gespritten was so wie das voll die Premium Idee ja Junge hier Intelligenzbestie er läuft bei dir erstmal jetzt jetzt wird mein Anhänger noch immer ein Ding wenn ich kann mich nicht drehen du musst rückwärts fahren einfach rückwärts fahren jetzt andere raus rückwärts wenn ich kann ich nicht drehen oh Gott oh Gott jetzt bleib ich genauso liegen ich gucke ob ich die Karre ankriege drück noch mal F und vaterbeinach hin kann sich aber so nicht drehen oder doch ich kann mich an einem das ist eine dumme Idee ich habe eine bessere Idee aber ich bewegt mich kann ja du bewegt sich du singst ein das richtig aber ich ja ja denk mal weiter das Problem ist nur mein linker Reifen vorderreifen ist auf mein Anhänger drauf jetzt bin ich auf mein Anhänger drauf nein irgendwie muss ein Anhänger von mir runter kann man nicht nehmen mich quasi ich probiere das gerade aber du siehst vielleicht dass etwas schlamm hier ist ja ich hab das Feature gemacht auf Steam zeigen alter ich komme hier gleich rausziehen obwohl mit also wir sind die Alte wie dreckig meine Kronen der Landland wenn wir das wasser durch wir wollen die Versorgung werden wir wollen das wasser und davon ein LK Alter Lenny und die Räume die Besten der Hänger ist nicht mehr damit die Verkrankung der Tobi man sieht oh Gott ich hätte hier nicht anhalten dürfen ja also das wasser muss ich wirklich durchfahren meine Idee darf es echt nicht anhalten auf 1 und 2 kann man auch übrigens die Kamera einigermaßen passieren ach das ist so was am 1 und das ist mein Ding auch mal weiter und auf 2 kannst du so eine Art Anhänger Kamera machen aber ich glaube ich lass den Anhänger einfach zurück mach so kurz Holz drauf danke fürs anschieben ich hab dich nicht angeschoben ey ey jetzt wollte ich bloß bremsen aber jetzt stecke ich selber fest obwohl es geht so ich halt jetzt hier mal eben an wo wir lang müssen die Verdeckung ist nämlich rechts von uns fahren jetzt erstmal hier die Straße ok kein Ding ist jetzt manchmal jetzt ist mein Auto auch wieder sauber auf monströse Weise ne bei mir ist noch vollkommen dreckig aber passt passt übrigens ich hab das Gefühl dass wir ein bisschen wieder durch Wasser wir fahren nämlich grad voll in die falsche Richtung ohhh hat so volles ob wir zwei Let's Place machen ja ja war irgendwie schon so mal sollten wir vielleicht doch zusammen fahren wird schief gehen es kann ich wenn die wollen wir wollen wir nicht mal zu mich hier und am Landverfahren und die unterstützen jetzt machen wie er verletzt verringern das halte ich für eine eine gute Idee erledigt wie kann ich denn mein Anhänger würde dran machen steht eigentlich direkt äh mit drei also im Fortschritt unter drei Minuten lang reinstal�를